Mit diesem kleinen Video vom Tag der Küche im September 2016 wollen wir Sie zum Koch-Workshop am Tag des Schreiners am 5. November einladen. Denn so können Sie sich lebhaft vorstellen, was in unseren Showküchen an solchen Tagen los ist. Viele tausend Menschen haben unser Plakat zum Tag der Küche in Lauf gesehen und noch viel mehr die Hasbrocker Zeitung gelesen und dann strömten sie nach Untergrumbach. Viele neue Gäste und vor allem über 20 erfahrene Küchenkunden, die zum Beispiel wie Carola oder Julia schon seit 22 Jahren Erfahrung mit Möbelmacherküchen einbringen. Alte Hasen wie Bernd Müller fangen mit dem Vorbereiten der Soßen an. Elke Böhner zerlegt schon mal den Rehrücken, während sich die Neuen an das lockere Kochklima mit dem von Dieter aufgeklebten Vornamen und das interessierten Greifen auf den Teppanyaki oder in den Kochtopf langsam gewöhnen. Mit dem Thermalisieren wird schon seit über 24 Stunden das edle Weideschwein von Thomas vom Schwabhof gegart, welches ja auch in aller Ausführlichkeit vorschloss. Die Lagerung des Schweins fand natürlich im Salt-Ager im Reifeschrank von Königsalz statt. Zwischendurch gab es natürlich auch für alle, die Interesse hatten, eine ziemlich komplette Werkstattführung. Ein eher ungewöhnliches Kochwerkzeug war der Zollstock oder Meterstab, mit dem einige Gäste aus dem Alpenraum die aktuell eigene Küchenplanung ständig überprüften und verbesserten. So ein Kochworkshop ist allerdings auch ziemlich anstrengend, da muss man sich zwischendurch auch mal auf unseren Relax-Sesseln oder dem neuen Sofa Wing ein wenig ausruhen. Menschen, die auf Maschinen starren, könnte man das Kapitel mit den Vakuumierern überschreiben, weil wir ein großes Spektrum vom kleinen Einbau-Vakuumierer bis zum großen Profigerät zum Ausprobieren auf Lager hatten und davon auch ausgiebig gebraucht machten. Und auch da hatten wir das neueste vom neuen, noch einen Prototyp direkt von der Messe als allererstes Einbaugerät. Und natürlich waren alle Tepanjakis ständig in Aktion, erst mal mit dem legendären Rollei, später dann für alles, was aus dem Beutel kam. Ab und zu gab es dann auch mal die besten Kartoffelchips der Welt, die waren allerdings immer schneller weg, als sie gebraten waren. Auch wenn man sich die meiste Zeit mit den Fingern ernährte. Ab und zu richtete Bernd und Matthias auch richtig schöne Teller an. Und Waldemar wurde Weltmeister des Baggersbratens. So dünn kannten wir diese fränkischen Reibekuchen noch nicht. Wenn Sie also auch Lust haben, in die unendlichen Möglichkeiten der Möbelmacherküchen einzusteigen, melden Sie sich an für den Kochworkshop am Tag des Schreiners am 5. November von 10 bis 15 Uhr. Oder kommen Sie einfach am Sonntag, den 6. November, da ist dann mehr das Showkochen für unsere Gäste geplant. Und natürlich können Sie an beiden Tagen auch die Fertigung unserer Massivholzküchen in der Werkstatt beobachten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017